moin sens und willkommen zurück hier auf meinem kanal mit einer weiteren folge super mario party wir sind auf dem fahrt der prüfung und haben den geisterwald absolviert und sind jetzt bei der knife küste guter dinge ich auch weißt du luigi in keinem näher ist mehr salz in den wassern von diesen küssen das soll an den vergossenen tränen vorheriger wettkämpfer liegen keine sorge du schaffst das schon los geht's mindestens 20 münzen ausgaben okay das ist ja eigentlich nur vibration spüren und den leuten aus dem weg gehen 21 ist auch okay wir wollen geschafft haben was ja von daher wird es mich gar nicht jetzt mindestens 45 punkte erzielen die spiel hatte ich auch noch nicht muss ich zugeben das ist wahrscheinlich bei der bühne gibt es da ja noch ein paar andere spiele ob da war aber war auch nicht so schwer aber lustiges spielchen wenn wir jetzt erzielen haben wir gemacht wir sind ein team sicher buchs ihrer nicht aus der arena schläuern das ist gar nicht so leicht finde ich eigentlich muss man immer nur umzingeln dürfte er eigentlich eigentlich erwischen schneller als der vorherige die ich mal gehabt hatte der ist aber weniger als der im normalen spiel finde ich das machen wir nochmal mal da schaffen wir da 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 das letzte sekunde da da geschafft sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ok das ist nicht so leicht dass ich die 30 punkte nicht schafft als fehler zu machen man muss auch schnell machen keine pause macht sich richtig gut möchte eine pause einlegen ich bewundere entschlossen hat ja der harrlichkeit beschlossen hat ein großer bewundere meine art ok dann schnell sein Das kann man einigermaßen. Wenn der Controller gut in der Hand hat, ist das natürlich flott. Mindestens 60 Punkte erzielen. Denkrecht halten, okay. Boop, boop, boop. Nein! Ich hätte ihn treffen sollen. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. boomerang ok das ist in meinem computer gegner ist immer schwierig zu spielen ich finde ich verhände er mich mit ihnen immer der verletzt sich bei mir wo du dann auch dich dran gesehen ist auch schnell das war dumm das war dumm komm hier runter scheiße oh nein du bist zu langsam ja ich war auch dich dran die anhand ist gesehen schon fast fertig hab das geschafft so langsam wird schwieriger möchte eine ausruhen nicht ausruhen ich möchte weitermachen die tapfer ja ich war ich bin sehr tapfer gute knifeküste mit sieben schüssen schneller als gegner ich muss mir die regeln mal angucken was kann denn hier mit sieben schüssen schneller als gegner eine klitzer umstoß ok das kenne ich dann doch das kann nicht so schnell ich bin ich bin mit dem ich bin ich bin ich bin es ist es ist die Ich glaube, ich habe mehr abgeschossen. Vielleicht glaube ich nicht. Das können wir nochmal machen. Nur einen falsch geschossen. Ach, schon wieder. Oh, das wird doch geklappt haben. Sieben Schüsse. Alle Gegner bewegt. Mindestens der raffanierte Rock. Das kenne ich nicht, das Spiel. Wieso war das? Einige Spiele sind bei dem Brettspiel nicht dabei gewesen. Ach, das kenne ich doch. Scheiße. Das mache ich überhaupt nicht. Denk wegziehen. Na gut, wir versuchen es mal. Nee, ich bin zu früh. Ah. Versuchen wir gleich nochmal. Auch ein bisschen... Okay, okay. offensiv мин. Mist. Oh, müssen wir noch mal machen, müssen wir noch mal machen, müssen wir noch mal machen, müssen wir immer wieder noch mal machen. Oh. Eigentlich ist es ja nur ein Rhythmus, ne? Aber ich bin nicht. Ja. Ja. War nicht. War wieder nicht. Hä? Nicht geschafft, es gibt es noch gerade. Ah, ich hasse es. Oh nein. Verpiss dich. Ne, hier komme ich nicht. Nein. Ja. Ja. Schon reicht, wenn du alle drei Male kommst du nicht. Jedes Mal. Ja. 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 Das war gut. Das kann ich schon wieder nicht mehr schaffen. Ja. 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 Ich muss es nochmal machen. Ich muss es nochmal machen. Ich muss es schaffen. waren ich kann heute nacht nicht schlafen kann ich es gibt es nicht also er nervt mich so ein bisschen muss er nicht jedes mal kommen alle dreimal kommt gleich noch mal wiederholen gleich am anfang schon viele punkte und bringt das nicht 11 punkte geschafft mal machen wenn sie ganze zeit machen bis es passt am restaurant nicht arbeiten normal machen da gibt es doch gar nicht also ich muss ja schon ein paar mehr punkte haben leicht das beginn genau zum tempo das macht ist es können da müsst ihr durch leute da müsst ihr durch wir können auch vorspulen wie gesagt ihr könnt jetzt wenn diese drei vierten vor spuren soll ich verstanden haben beschiss also irgendwas klappt doch nicht dass so ein spiel ich so lange aufhalten kann also das wahnsinnig ich würde wahnsinnig leute aber wir sind schon fünf minuten dabei an diesem spiel wirklich gibt es nicht dann läuft es am anfang gut dann läuft es wieder aus der kontrolle jetzt nicht ich muss es nicht muss okay das war richtig mal ich kann nicht schaffen das spiel ich bin zu blöd für dieses spiel blöd für 13 punkte ich habe doch genau genau geteilt gewesen gibt es nicht gibt es doch nicht jetzt überspringe ich es nicht mehr schaffen es diese runde jetzt nicht schafft wir springen wir das machen wir zum schluss nochmal wir springen gleich ist dann so kann sie noch länger hier dran aufhalten ich bin wahnsinnig ach quatsch jetzt weiß ich habe es geschafft mit der letzten runde leute es ist euer wahnsinn es ist der wahnsinn jetzt habe ich auch schon aufgegeben wenn wir noch geschafft wahnsinnig die nächsten ach quatsch ich muss alleine laufen mich da ich auch noch mal die nächsten spiele versuchen zu machen damit werden obwohl die jetzt gerade verloren habe ich aber laufen noch gar nicht so schwierig und darf hier gar nicht runterfallen man darf mehr runterfallen und wird dann wieder nach oben katapultiert aber noch gut geschafft ein schöner sonnenuntergang weiter spielen welche leidenschaft welche ehrgeiz habe ich lege ich auch gerne an den tag wohl schon in den wolken mindestens zehn münzener kater start nein ja 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 welchen springen will ja ja die zwei ja da nach rechts hopfen oder das müsste reichen da kann er hinspringen auch neu starten gar nicht erst da zurück müssen aber ich hätte nicht gedacht dass ich in der mittel springen kann oder dass da jemand rein springt mal links da springt nicht der noch ein trocken hin ich bin noch mal an links das muss ja möglich sein dazu gierig jetzt nehmen wir noch mal an links jetzt runde auf die mitte gehe ich jetzt die leute nicht hin zu schwierig war das kann so jetzt rache ist süß ja das schockt zwischen torten schlacht ist immer lustig ich Souverän gewonnen Könnte er ja auch echt Bude pfeffern mit dem Punkt So Das macht auch super Spaß Aber ich bin aufs Anseite Okay Start Ich bin aufs Anseite Ich bin aufs Anseite Ich bin aufs Anseite Heiße So nochmal üben Ja Obwohl ich schon eine Riesenschläge habe Ich bin aufs Anseite Ich bin aufs Anseite 8-8 Anschieben Trotzdem habe ich ja nicht besiegt Zählt ja nicht Gut Müssen wir nochmal machen Ja wir müssen es schaffen Dann schaffen sie auch Dann können wir da sein mit Luigi irgendwie Nein Ich bin aufs Anseite Komm Ja komm Wir prüfen es nochmal Soll ich überspringen Ja Start Alles Ich bin aufs Anseite ja jetzt hier spacken sieht so ist noch den kleinen war über sie warum da weil ich deine nächste prüfung wenn du wirst mich auf keinen das wird zu spielen ziehen ja das ist auch nicht so leicht also nicht so schwer so damit wer auch fertig ich habe verloren schon trotz und das war das ist der superstar spätestens das macht dich zu einem ganz großen vorbild ich treffe man das nächste mal als konkurrenten in der nächsten runde so leute ja ich würde sagen das gebiet haben wir auch locker abgeschlossen naja locker nicht dieses tischdecken ding einfach gar nicht aber hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei zunächst ein ziel gerade ok ich bin gespannt bis dahin tschüss